Insbesondere auch im Rahmen der Wirtschaftsförderung darauf zu achten ist, dass die Qualifikationen, die hier im Produktionsbereich in Berlin bereitstehen, auch wahrgenommen werden von Neuinvestoren. Wir haben deshalb unmittelbar nach der Mitteilung des Unternehmens über Berlin Partner als unserer Wirtschaftsförderungsagentur, die auch unmittelbar mit der Arbeitsagentur Kontakt aufgenommen hat, versucht zu gewährleisten, dass zumindest dort, wo Investoren und auch in Berlin ansässige Unternehmen die Erweiterungen planen, auf die besonders qualifizierten Mitarbeiter in dem zu schließenden Werk hingewiesen werden. Im Übrigen setzen wir darauf, dass das Unternehmen sozialverträgliche Regelungen mit dem Betriebsrat vereinbaren kann. Vielen Dank. Für eine Nachfrage Frau Kollegin Matuschek, bitte schön. Ja, gerne. Frau Senatorin, ich nehme erst einmal zur Kenntnis, dass der mögliche Verlust von einer vierstelligen Zahl Arbeitsplätze bei Ihnen offensichtlich bestenfalls ein Bedauern hervorruft. Aber der Senat kann etwas tun und deswegen frage ich Sie ganz dezidiert. Es gibt eine Beschäftigungssicherungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und Vattenfall. Wird der Senat dafür sorgen, dass diese Beschäftigungssicherungsvereinbarung durchgesetzt wird und, wenn möglich, verlängert wird? Wenn nein, warum nicht? Frau Senatorin. Selbstverständlich setzen wir darauf, dass die Beschäftigungssicherungsvereinbarung eingehalten wird. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass die aktuelle Zahl der Beschäftigten von Vattenfall in Berlin deutlich über der Zahl der vereinbarten Mitarbeiter liegt. Und auch nach den gerade dargelegten Vorstellungen von Vattenfall 250 bis 300 Mitarbeiter in Berlin abzubauen, dass auch dann die Beschäftigungssicherungsvereinbarung noch eingehalten wäre. Darüber hinaus kann ich nur noch einmal betonen, jeder Arbeitsplatz, der in Berlin wegfällt, ist zu bedauern. Aber allein mit Bedauern ist keinem einzigen Arbeitnehmer in den betroffenen Betrieben geholfen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wirtschaftspolitisch darauf setzen, gerade auch Produktionsarbeitsplätze in Berlin wieder aufzubauen. Dazu bedarf es eines entschiedenen Ansatzes und Bekenntnisses zum Industriestandort Berlin und konkreter Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Und hierauf konzentrieren wir unsere Anstrengungen. Vielen Dank. Für die Piratenfraktion, Herr Kollege Lauer, bitte schön. Ja, ich frage den Kultursenator Klaus Wobereit. Keine Panik, nicht zur East-Zeit-Galerie wegen aktueller Stunde und so. Herr Wobereit, müsste der Kaufpreis für ein durch das Land Berlin zweimal gekauftes Kunstwerk aus haushaltsrechtlicher Sicht und aus Sicht des Senats zurückgefordert werden? Also das Land Berlin kauft das Kunstwerk zweimal. Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, da mir nicht klar ist, welches Kunstwerk Sie jetzt meinen, ist die Beantwortung nicht möglich. Eine Nachfrage, Herr Kollege Lauer, da bekommen Sie das Wort. Vielen lieben Dank. Die Senatsverwaltung für Kultur hat ja mehrfach angekündigt, sich mit den Konsequenzen aus dem möglichen Doppelankauf der Einschiffung nach Kytera und eventuelle Rückforderungen bis zum Ende des Jahres 2012 entsprechend zu äußern. Also welche Konsequenzen zieht der Kultursenat an der Stelle aus diesem möglichen Doppelankauf? Zu welchem Schluss sind Sie da gekommen? Bitteschön, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, da es noch nicht bewiesen ist, ob es sich hier um einen Doppelkauf handelt, ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen und insofern muss sie abgewartet werden. Vielen Dank. Die erste Runde nach Stärke der Fraktion ist damit beendet. Nun können wir die weiteren Meldungen im freien Zugriff berücksichtigen. Wie immer eröffne ich diese Runde mit einem Gong-Zeichen. Schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihrer Ruftaste anzumelden. Alle vorher eingegangenen Meldungen werden gelöscht. Herr Kollege Lauer, Sie haben das Wort. Ich frage den Gesundheitssenator Mario Czaja. Herr Czaja, wie bewerten Sie das, dass es im Land Berlin mehr CT-Untersuchungsgeräte gibt als in ganz Italien? Ja, Herr Senator, ja. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Abgeordneter Lauer, das zeigt, dass die Arbeit der Vertriebsmitarbeiter der Medizintechnikunternehmen in Berlin außerordentlich erfolgreich war. Herr Kollege Lauer, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Ja, bitteschön. Welche Konsequenzen ziehen Sie denn daraus? Also gibt es möglicherweise Bestrebungen in Ihrem Haus, mal dort auf den Grund zu gehen, ob das denn nötig ist, dass so viele CTs in Berlin durchgeführt werden? Oder sind Ihnen irgendwelche gesundheitlichen Risiken hier bekannt, die uns alle besorgt machen sollten, sodass wir auch diese gut verkauften CT-Geräte mal aufsuchen sollten? Herr Senator Czaja, bitteschön. Also, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Abgeordneter Lauer, hinter Ihrer Frage steckt natürlich ein ernstzunehmendes gesundheitspolitisches Thema, nämlich die Frage, ob ein Zuwachs an Apparatemedizin auch Diagnostik induziert, die nicht immer zwingend erforderlich war und deswegen auch Angebote an Patienten, egal ob privat oder gesetzlich, angeboten werden, die eigentlich so für die Gesundheit nicht notwendig wären. Hinzu kommt, dass Investitionen in Krankenhäuser sowohl in Mobilien als auch in Immobilien vom Land zu tragen sind und eine Wiederbeschaffung und die Wiederbeschaffungskosten solcher einmal angeschafften Geräte ja immer wieder im Rahmen der Investitionsplananmeldung von Krankenhäusern offeriert wird und dadurch auch die Summe, die der Staat für Krankenhäuser ausgibt, immer mehr steigt. Mit dieser Frage muss man sich immer wieder auch im Rahmen der Krankenhausplanung beschäftigen und deswegen funktioniert es nur, dass wir versuchen, im Rahmen der Krankenhausplanung stärker als bisher Subdisziplinen auszuweisen, um damit einzelnen Kliniken, die gut in einem Gebiet sind und auch in der Apparatemedizin gut sind, diesen Fokus auszurichten, aber anderen Kliniken damit eben auch andere Versorgungsaufträge zuzuordnen. In den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren ist der Berliner Krankenhausplan aber eher davon gezeichnet gewesen, dass mehr Liberalität und Freiheit möglich waren, was dazu geführt hat, dass die Krankenhäuser sehr viel häufiger eben auch die Bettenausweisungen und die Leistungsausweisungen vorgenommen haben, die sich möglicherweise mehr rechnen als sprechende Medizin. Und das hat auch zu einer Zunahme an Apparatemedizin in Berlin geführt. Damit muss man sich im Rahmen der Krankenhausplanaufstellung kritisch auseinandersetzen, damit man hier nicht angebotsinduzierte Nachfrage möglicherweise noch zum Nachteil der Patienten erreicht. Vielen Dank. Herr Kollege Haback als nächstes. Ja, oder gibt es noch einen Haback? Ja, dann reiche ich mal. Bitte schön. Was habe ich denn hier? Welche drei konkreten Projekte der... Welchen muss ich überhaupt fragen? Welche drei konkreten Projekte der... Sie müssen wir uns erst mal verraten, wen Sie was fragen wollen. Verkehr, das ist eine Verkehrsfrage. Welche drei konkreten Projekte der neu verabschiedeten Radverkehrsstrategie wird der Senat als erstes umsetzen? Herr Senator Müller. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, das ist ja nun ein laufender Prozess, wo mehrere Initiativen parallel verfolgt werden. Wir haben das ja auch dargestellt. Seit Monaten oder Jahren, kann man sagen, sind wir ja auch schon dabei, gemeinsam mit den Bezirken und in Abstimmung mit den Bezirken die Fahrradstreifen anzulegen, dieses Netz Schritt für Schritt weiter auszubauen. Wie gesagt, immer mit den Bezirken zusammen dieses Wegenetz zu ertüchtigen. Es geht natürlich weiter auch um die Abstellplätze. Das ist ganz klar, wo wir einfach auch eine nutzerfreundliche Infrastruktur bieten wollen an interessanten Knotenpunkten. Und das andere sind sicherlich auch Fahrradleihsysteme, die wir Schritt für Schritt weiter ausbauen wollen und werden mit Kooperationspartnern. Das ist ein Beispiel der Radverkehrsstrategie, die wir jetzt, ein Beispiel, die wir weiter verfolgen werden, gemeinsam mit anderen Initiativen. Herr Herberg, für eine Nachfrage, bitte schön, haben Sie das Wort. Ja, das waren ja jetzt viel Blabla wieder. Deswegen die Nachfrage, wann wird denn ein spezielles Projekt zum Beispiel mal abgeschlossen? Also wann... Herr Senator. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, ich weiß jetzt nicht, was Sie da hören wollen. Wann soll ich Ihnen jetzt sagen, wann eine bestimmte Straße abgeschlossen ist mit dem neu angelegten Radweg oder wann das gesamte Radwegenetz in Berlin ausgebaut ist oder wann wir keine Autostraßen mehr haben, sondern nur noch Radwegesystem oder was wollen Sie jetzt wissen? Wir sind dabei, Schritt für Schritt mit den Bezirken in jedem Bezirk das Radwegesystem zu ertüchtigen. Das läuft seit Jahren und wir bauen es weiter aus. Wir suchen die Kooperationspartner für die gesamte Infrastruktur, die ich Ihnen eben geschildert habe. Das ist ein laufender Prozess. Vielen Dank. Als nächstes der Kollege Gelbhaar. Ja, vielen Dank. Ich frage den Verkehrssenator Müller. Stimmt es, dass die Verkehrslenkung Berlin keine Anfragen mehr aus den Bezirken beantworten will? Und wenn ja, wird der Senat die VLB, also die Verkehrslenkung anweisen, Anfragen aus den Bezirken doch zu beantworten? Herr Senator, bitte. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Gelbhaar, es ist so nicht richtig, wie Sie es darstellen. Richtig ist, dass die VLB in einer personellen Situation ist, wo sie sich auf ihre Aufgaben konzentrieren muss. Und das erleben wir jeden Tag in der öffentlichen Debatte, dass das erwartet wird, dass die Baustellenkoordinierung, dass die Verkehrslenkung sich verbessert. Darüber hinaus ist es ja völlig selbstverständlich, dass die Anfragen und die Aufträge des Parlaments, des Abgeordnetenhauses entsprechend bearbeitet werden. Was nicht geht, ist, dass die VLB darüber hinaus noch die Anfragen von 600 Bezirksverordneten in unserer Stadt tagtäglich beantwortet. Es übersteigt schlichtweg die Kapazitäten, die Arbeitskapazitäten. Und im Übrigen sind Ansprechpartner für die Bezirksverordneten die gewählten Bezirksämter und die Stadträte, die in ihrer Verantwortung ihrem Parlament gegenüber Rede und Antwort stehen müssen, so wie ich es ihnen gegenüber mache. Unstrittig ist, dass BVV-Beschlüsse, BVV-Anfragen, also konkrete Aufträge der Bezirke, natürlich auch von der VLB bearbeitet und beantwortet werden. Sie haben noch eine Nachfrage, Herr Gelper, bitte. Ja, vielen Dank. Das heißt, von dem bisherigen Verfahren, dass die VLB halt mündliche Anfragen auch von Bezirksverordneten, und da stehen ja nicht 600, sondern jeweils die fachlich zuständig gegen nur die Fragen, nicht mehr beantworten wird. Das stimmt also. Und die Nachfrage, wie wird man dann das Defizit, was dadurch entsteht, im Informationsfluss beheben? Herr Senator, bitte. Das ist richtig, Herr Gelper, jetzt haben Sie es richtig formuliert. Das werden wir in Zukunft so nicht mehr leisten können, jede kleine Anfrage, jeden Wunsch, jedes Bezirksverordneten direkt zu beantworten von der VLB. Wir haben das Verfahren auch in der letzten Baustadträterunde mit den Stadträten abgestimmt, die gesagt haben, wenn es eine Klarheit zu dem Verfahren gibt, können Sie damit auch umgehen und können das entsprechend in Ihrem Bezirk kommunizieren. Aber ich bitte um Verständnis. Wir können nicht über Personalabbau, über Einsparungen reden, aber keiner merkt es. Es ist so, dass ich in meiner Verwaltung 250 Stellen abbauen muss. Es ist so, dass ich mich auf Aufgaben konzentrieren muss. Wir haben diverse politische Schwerpunkte in unserer Stadt. Die VLB gehört mit ihrer Arbeit dazu, aber auch sie muss sich im Rahmen ihrer Tätigkeit auf Aufgaben konzentrieren. Vielen Dank, Herr Senator. Das Wort zur nächsten Frage hat die Abgeordnete Frau Kofbinger. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage natürlich am Tag vor dem Internationalen Frauentag die Frauensenatorin Frau Kollert. Frau Kollert, wir haben ja ziemlich genau vor einem Jahr schon mal hier gesessen, das war der 8. März, und haben hier auch ein Fragespiel gespielt. Damals waren Sie ja, was wir alle verstanden haben, noch nicht 100% auskunftsfähig. Sie hatten gerade die ersten 100 Tage hinter sich. Deshalb habe ich mir diese Frage noch einmal vom letzten Jahr vorgenommen. Sie haben damals gesagt, es gibt zwei Aktivitäten, und zwar einmal Ihre Aktivität mit der...